Ich war wieder unterwegs gewesen, nicht bei Aldi, letztes Mal bei Aldi, dieses Mal bei Edeka. Welche Lebensmittel besser sind für dich? Das ist wirklich ein toller Laden, Edeka. Es gibt so viele Lebensmittel, die versteckt sind, die Menschen gar nicht kennen, die so viel besser sind als das, was sie momentan konsumieren. Von daher an, oder welche, die sie momentan konsumieren, gibt es viel, viel bessere Alternativen in diesem Laden. Und die möchte ich euch in diesem Video aufzeigen, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dein Leben dadurch wieder ein kleines Stück besser machen kann, gesünder machen kann, mehr Lebensqualität schenken kann, damit du mehr partizipieren kannst an dem, was wir haben. Und das ist nun mal unser Leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt dabei, indem ich dir was zurückgeben kann auf purazil.de sehr gerne. Da habe ich ebenfalls sehr viele gesunde Lebensmittel und vor allen Dingen auch viele Fitmacher in Supplements. Denn dadurch kann ich überhaupt diese Videos für dich machen. Los geht's mit dem Video. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, du kannst wieder viel lernen. So, jetzt gehen wir mal ein paar Lebensmittel durch. Und zwar, das ist der schöne, das ist ein Automat, wo wirklich frische Kräuter gezüchtet werden. Seht ihr hier, ohne Pestizide, ohne gar nichts. Sofort ganz frisch kann man sie kaufen. Das hat Edeka bei uns. Sehr, sehr schön. Da kann man sie mitnehmen direkt. Wichtig ist, zu Kräutern, wie man sieht hier, die haben auch eine sehr, sehr schöne Farbe einfach. Und das Gute ist dabei, wenn man anschaut, hier ein Stück Bergsalat, also normaler Salat, kostet 2,44 in Bio-Qualität. So, ich möchte euch Folgendes mal zeigen. Schaut euch mal den Farbunterschied an. Und jetzt schaut euch mal diese Tabelle hier an. Und zwar, da habe ich mal in dem Fall Wildkräuter genommen und normale Kulturgemüse, grünes Gemüse. Und wir sehen hier, schaut euch mal die Mineralien an und alles Mögliche. Wir sehen einen deutlichen Unterschied, wirklich einen deutlich, deutlichen Unterschied vom Nährstoffgehalt. Ihr müsst keinen Salat kaufen, keinen überteuerten Salat kaufen. Kräuter sind zwar meistens ein bisschen teurer auf das Volumen gesehen, haben aber so viel mal mehr Nährstoffe einfach. Und die Leute, die sich so schwierig tun, Grünzeug zu essen, haben doch damit gar kein Problem, einfach mal, keine Ahnung, dreimal weniger Grünzeug essen zu müssen, wenn sie Kräuter stattdessen essen. Natürlich haben sie auch viel aromatischeres Aroma noch dazu. Von daher seht ihr, die Kräuter sind auf jeden Fall ganz weit oben. So, jetzt möchte ich noch was ganz Wichtiges sagen. Hier habe ich ein Bild abgebildet. Wir sehen oben das Grüne vom Saft und unten das Wasser. Das heißt, er trennt sich. Das heißt, wir haben hier eine organische und anorganische Phase. Das heißt, eine wasserlösliche und eine nicht wasserlösliche Phase. Das gleiche kennen wir zum Beispiel, wenn wir Öl auf Wasser träufeln im Glas. Dann haben wir genau das gleiche Phänomen. Warum? Oben haben wir einen großen Kohlenstoffanteil. Sekundäre Pflanzenstoffe bestehen meistens nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffen. So, wenn wir uns das Periodensystem der Elemente einmal anschauen, dann sehen wir, dass der Kohlenstoff an der fünften Stelle, der Sauerstoff an der sechsten Stelle ist im Periodensystem der Elemente und damit natürlich auch, dass Wasser eine höhere Molmasse hat. Das heißt, schwerer ist, Molprogramm. Und deswegen sinkt das Wasser hier auch nach unten. Und das Öl immer nach oben. Weil Öle sind, wie gesagt, immer Kohlenstoffverbindungen. Nur Kohlenstoff ist leichter als der Sauerstoffanteil im Wasser. Weil das Wasser besteht, also der größte Anteil ist einfach der Sauerstoff im Wasser. Von den Molmassen her. Wasserstoff hat 1 circa und Sauerstoff hat circa 16. Also, damit ihr es verstanden habt. Das heißt, wir haben hier ganz klar einen Anteil von fettlöslichen Substanzen. So, jetzt kommen viele auf die Idee, ihr Grünzeug wie auch immer, oder ihr Saft mit Öl zu konsumieren. Hier habe ich ein kurzes Video für euch vorbereitet. Der Finger ist eine Darmzotte. Der Darm sieht so aus. Er hat ganz viele Zotten. Und wenn du Öl jetzt konsumierst zuerst, ja, dann wird das Öl diese Darmzotten erstmal beschichten. Ja. Und da du natürlich jetzt keine Nahrung konsumierst, die Ballaststoffe hat, um das wieder frei zu reiben, sondern nur ein Saft, der keine Ballaststoffe enthält, und der Saft sowieso nur ganz kurzen Aufenthaltsdauer in deinem Magen-Darm-Trakt hat, wird dieser Saft einfach durchlaufen. Und du wirst sehr wenig Nährstoffe davon aufnehmen. Ich denke, das ist sehr plausibel hier immer erklärt. Ihr seht jetzt nochmal, wie der Finger sich einkotet davon, ja. Also nicht coated, sondern auf Englisch Coating heißt, ja. Also einkleidet. Das war nicht lustig, Patrick. Und auf jeden Fall möchte ich euch daran, also an euch appellieren, bitte mit Nüssen sowas zu essen, ja. Da habt ihr noch ein paar mehr Ballaststoffe, ist ganz gut. Macadamia-Nüsse sind zu empfehlen, alle anderen eher weniger. Habe ich ein separates Video schon zu gemacht, ja. Habt ihr noch ein paar mehr Ballaststoffe, dass der Saft sich wirklich noch ein bisschen länger aufhält, ihr noch mehr Zeit habt, ihn aufzunehmen, dass das Fett dann wirklich dann auch diese Nährstoffe dann einfach löst, die sich hier oben alle absetzen, ja. Das nochmal als kleiner Exkurs. Ich hoffe, ihr konntet euch was lernen. Wichtig, das habe ich auch schon mal auf Instagram erklärt. Sehr wichtig. Abonniert mich auf Instagram für kostenlose Informationen, ja. Rohwegrein am Limit bis gleich. Eben kurz auf Pause drücken, auf Insta abonnieren, damit ihr auch solche Infos auch mitbekommen. So, machen wir mal weiter. Und hier habe ich Pilze, ja. Austernpilze, meine absolute Lieblingspilze. Ich glaube, die haben über vier Gramm Eiweiß, wahnsinnig viel Eiweiß, ja. So eine Packung hat dann einfach mal, keine Ahnung, 13 Gramm Eiweiß oder sowas, was natürlich schon viel ist. Hier ist Shitake-Pilze. So, ich möchte nochmal ganz kurz zeigen. Eine Studie, eine Meta-Analyse, die tatsächlich gab zum Pilzkonsum und Krebs. Bei Frauen, gerade in den Menophasen. Und natürlich auch der Brustkrebs. Aber natürlich auch, ich denke mal, für mich persönlich würde ich so sagen, dass es auch repräsentativ sein könnte auf andere Krebsarten, ja. Das ist meine Meinung dazu. Eine tolle Studie zuerst mit 5700 Artikeln, die betrachtet worden sind. Und geblieben sind zehn davon, acht Studien im Kontrolldesign mit 2300 Krebsfällen und 2300 Kontrollprobanden in Asien. Und zwei davon aus Europa mit 4500 Krebsfällen und insgesamt 1,7 Millionen Personenjahren. Die Qualität der Studie NOS-Score, die Qualität, das sagt aber die Qualität der Studie halt aus, und der ist wirklich sehr, sehr hoch, bei circa sieben anzusehen. Wir sehen hier, dass je mehr Pilz konsumiert wurde, desto niedriger wurde das Risiko. Links, das relative Risiko, alles über 1, ja. Sagt, mehr Pilzkonsum, mehr Krebs, alles unter 1. Wir sehen, wie die Werte gelaufen, deutlich unter 1. Mehr Pilzkonsum, weniger relatives Risiko, an einer Krebserkrankung zu erkranken. Und wir sehen hier bereits schon bei 20 Gramm pro Tag, ja. Wichtig ist, sowas immer zu betrachten, diese Studien sind meistens durchgeführt an Menschen, die nicht so gut konsumieren. Und wenn du natürlich Mist substituierst mit Pilzen, ist das natürlich schon mal ein sehr, sehr großer Schritt. Wenn du aber sowieso schon sehr gesund lebende Menschen hast und dann Pilzkonsum das durchführst, ist der Effekt natürlich deutlich geringer und man müsste viel, viel mehr Pilze konsumieren, nochmal als Augenmerk von euch halt. Ich denke, viele Zuschauer, die diesen Kanal schauen, die sind sowieso sehr bewusst und die gucken diesen Kanal, wirklich nicht andere Kanäle, wie auch immer, diesen Kanal, weil es hier wirklich ein bisschen tiefer in die Thematik reingeht. Die Leute haben richtig Bock auf ihre Gesundheit und dafür danke ich euch, dass ihr so geil drauf seid. Der Funnelplot ebenfalls sehen wir hier, also die Publication Bias, das heißt, wie weit Studien nicht veröffentlicht worden sind, die zu Verzerrungen führen konnten oder zu fälschlichen Deutungen des Ergebnisses, sehen wir, ist alles zu vernachlässigen. Von daher eine sehr, sehr aussagekräftige Studie. So, auch sehr schön zu sehen, es gibt schon fertige Sprossen hier bei Edeka. Es ist nichts gegen einzuwenden. Kann man sich auch super holen, kostet natürlich viel, viel mehr, aber kann man super machen. So, statt normale Basis von Sushi-Reis oder sowas, kann man auch gut Brokkoli-Reis nehmen. Der ist noch besser als Blumenkohl-Reis. Jetzt kommen wir zu den Fertigprodukten hier und da gibt es wirklich viele Unterschiede. Also ich muss sagen, die auf Soja-Basis, die finde ich immer noch am besten als die auf Weizen-Basis. So, man muss aber da auch gucken, hier sehen wir Palmfett zum Beispiel drin. So, das ist natürlich auch nicht so toll, ansonsten ist es eigentlich relativ in Ordnung. Auch Dextrose leider, Zucker drin. Aber hier sehen wir zum Beispiel, Palmfett ist nicht mehr drin. Bei der gleichen Marke. Das heißt, man kann hier auch nochmal variieren und gucken, die sind nicht alle gleich halt. Hier wird auch mit natürlichem Aroma gearbeitet, finde ich auch sehr, sehr gut. Und hier sehen wir zum Beispiel auch eins, auch kein Palmfett wieder drin, auch wieder ein natürliches Aroma, ansonsten nur gute Zutaten, also die noch legitim sind. Das ist so das Mahlzeitenprodukt, was ich noch empfehlen würde als Ersatzprodukt, was ich noch so einigermaßen empfehlen könnte. So die anderen Sachen, sehen wir hier überall Weizenmehl, Weizenstärke drin, ist total oft bei so vielen Produkten drin, was ich dann auch nicht so gut hielt im Mühlenburger. Hat auch anscheinend nur Soja halt. Finde ich auch immer besser als Weizen. Und ansonsten, wenn ihr unsicher seid, einfach einen Tofu nehmen. Wenn ihr schon auf sowas zurückgreifen wollt, einfach einen Tofu nehmen. Da habt ihr auf jeden Fall safe, dass es auf jeden Fall auch nur Soja drin ist. Und hier auch wieder Weizengluten sogar drin, seht ihr. Das schmeckt ein bisschen schmackvoller, aber nicht. Das Sauberste, was ihr machen könnt, sind natürlich solche Energiebällchen, wenn ihr auf sowas zurückgreifen wollt. Das ist natürlich relativ gut. Hier haben wir Karotten, Dinkelvollkornmehl, Haferfloggen, Sommblumenkerne, Buchweizenmehl, Mungrohnsprossen, sehen wir hier drin sogar, Sesam. Das ist noch was, was deutlich besser ist als diese anderen Produkte. Viel weniger Verarbeitungsschritte auf jeden Fall. Mit frischen Sprossen ist das auf jeden Fall auch gefertigt. Stand da oben dran. Oder diese Falafel sind auch super, super clean. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Also Mais sehen wir hier, Kichererbsen, Blattspinat, Zucchini, Zwiebeln, Senf, sogar Meersalz, nicht normales Salz. Das machen viele auch sich die Mühe nicht. Also das sind so mit, wenn ihr auf Ersatzprodukte zugreifen wollt, super clean Alternative. Hier gibt es glutenfreie Brötchen ebenfalls auch, von dieser Marke hier, von Edeka. Weltbrötchen mag auf jeden Fall auf glutenfrei zurückgreifen, aber hier diese ist nicht ganz so, hier E464 ist, glaube ich, eine Zellulose-Art, Propyl, irgendwie sowas wie Zellulose. Hier sehen wir auch normalen Zucker drin, auch nicht so optimal, auch normale Speisesalz auch nicht so optimal, Dextrose, Maltodextrin, ja. Also das geht auf jeden Fall besser und das haben wir hier. Das ist ein Wahnsinnsprodukt, wer auf glutenfreie Brötchen nicht verzichten möchte, hier nur Maisstärke, Sesam, Apfelmehl, Flohsam, Schalen, Verdickungsmittel, Xanthan ist total in Ordnung, Gokake-Mehl ist auch total in Ordnung halt, ja. Also Reismehl als Basis auch und vor allen Dingen Reissauerteig, ja. Das heißt, eine fermentierte Form ist ebenfalls gewählt worden hier, ne. Also nicht normaler Teig, also wirklich eine fermentierte Form des Reises, normaler Sauerteig, ne, wo das durch Bakterien dementsprechend entsteht, ja. Also tolles Produkt meines Erachtens, für Glutenfreie kann man echt, eigentlich theoretisch empfehlen. Reisflocken, ganz wichtig, sehr viel AGEs, darüber habe ich ebenfalls ein Video gemacht, die sind natürlich, jetzt kann man sagen, ja, diese gepufften Dinger schmecken ja viel lecker als normale, oder hier, die gepuffter Dinkel schmeckt ja viel lecker als normaler Dinkel. Ja. Das hat natürlich mit dem Röstaromen, Anführungsstrichen, zu tun, die da entstehen, ja. Also die AGEs sind massiv hoch, ja. Die müssen natürlich extrem hoch erhitzt werden, dass das entsteht. Nicht zu Vergleich, Haferflocken, die ich gerade gezeigt habe, nur 90 Grad. Die anderen deutlich höher, damit die halt überhaupt puffen, ja. Also AGEs sind wirklich gesundheitsschädlich, die da entstehen. Das sind Zucker, die an Proteine gebunden werden, durch eine hohe Temperatur. Wer ein bisschen mehr Eiweiß haben möchte, Sojaflocken, das ist echt krass, die haben 41 Gramm, seht ihr hier, Eiweiß, ja. In seinem Müsli, wer gerne Müslis isst und ein bisschen mehr Protein haben möchte und nicht so gerne Proteinpulver isst, wir forschen übrigens gerade auch an einem Proteinpulver, der kann Sojaflocken nehmen, ja. Wirklich Wahnsinn, dass du bis hierhin zugesehen hast, um dein Leben noch ein kleines Stück besser zu machen, als es jetzt schon ist. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mich unterstützt auf purerzelt.de, denn dadurch kann ich diese Videos für dich machen, dass du vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Gesundheits herauskitzelst aus deinem Leben und mehr Lebensqualität haben kannst. Noch schnell den Daumen drücken, einen Kommentar schreiben, ich lese wirklich alles, die Glocke aktivieren beim Abonnieren und meine anderen Kanäle abchecken auf rohveganamlimit, vor allen Dingen mein Instagram-Kanal und mein Telegram-Kanal, wo viele Videos sind, die momentan so nicht veröffentlicht werden auf YouTube. Das nicht verpassen, bis zum nächsten Video, rohveganamlimit und Patrick Stumpf. Das nicht verpassen, bis zum nächsten Video, 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 Bis zum nächsten Mal.